Lara Wo ist denn? Wo sind wir? Es ist ganz kalt Ich hab nix Ich hab gar nix Du? Ey Digga, guck mal, warte Guck mal, guck mal her LOL Da ist ein Dorf oder irgendwas, komm lass da hingehen Voll dieses halbfertige Haus einfach Ich seh das gar nicht hier mit dem Shader LOL Stimmt, das ist nicht mal fertig LOL Geil Oh, hier ist Cola LOL Pass auf, vielleicht sind die Leute Sag mal leise Hier ist ne Mine Komm, lass uns erst mal schlafen gehen Oder wollen wir erst erkunden Ne, schlafen nicht Schlafen nicht mehr Einfach in fremde Betten legen So macht man das heutzutage Ja Okay, komm, jetzt können wir ein bisschen kommen Jetzt komm Alter Schöne Sieht schon echt nett hier aus, ne? Oh nein Schon echt schön Hier unten geht's runter Ich bleib mal lieber bei dir erstmal Ich glaub hier ist ein Hafen Ich glaub hier ist ein Hafen oder so Oder auf jeden Fall ein Hafen sein, glaube ich Oh, hier ist ein Hafen Oh, hier ist ein Hafen Oh, hier ist ein Hafen Hier ist echt einfach nur schön, ne? Ja, das ist so geil, ne? Ist einfach nur schön Bestimmt Warte, hier Warte, warte, warte mal Hier sind Knöpfe Soll ich mal drücken? Ja Oh, was war die so dunkel? 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 Keine Ahnung, ob das so eine Rezeption oder sowas ist? Ja Hier kannst du irgendwie sitzen Ja Wird wohl noch wann gebaut, oder? Ja Aber ich hab noch keinen Menschen gesehen Jetzt auch unter der Tür Ich glaub, da will ich aber grad nicht runter Ja Aber ich hab noch keine einzige Person hier gesehen Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das? Bööö Loll Was ist das? Was ist das denn los? Das ist gar nicht drin Das hab ich auch bemerkt Hier ist ziemlich dunkel Und hier ist auch nichts Ein Knopf oder so Kann man da rein? Nein Okay Lass nochmal Lass nochmal Lass nochmal Lass nochmal ins Haus umgehen Ja Aber das ist echt komisch Wir sind hier keine Leute Hier ist doch so schön Komm Schön, dass du Pferde gefunden hast Komm Ich will ihn haben Ich will ihn haben Ich will ihn haben Später komm Ich will ihn haben Erstmal will ich nochmal nach oben Da hat man so einen guten Ausblick Ja Wow Heftig Und damit würde ich sagen Herzlich willkommen Zu Neu 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 ok jetzt mal kurz das hier ist als neue roleplay projekt mit story und so also ist schon alles durchgeplant und hat schon seine gründe wieso das hier so ist und das ist hier ist das neue projekt wie gesagt und wir werden hier ordentlich was dran zu machen haben naja und wir haben das nicht alles überleben gemacht aber wir haben das gefunden das ist nichts unser hier ist nix da aber wir haben betten ok leute also wenn man so wenn man will also wenn man die story macht ist schäger richtig nice aber so viel nicht so ne so lasse ich mit schädern lieber wenn ich dann schäger ausfinde machen wenn ich nicht zu dumm dazu holt genau und wir lassen monster auch an würde ich sagen weil sonst ist ja langweilig aber ich das erst mal den schäger noch an also holst du holz ok doch ich glaube ich mach den schäger doch aus ich weiß nicht warum ich diese rosenblätter habe ich höre die rösten zombie ja das ist halt schäger aus dort kurz aber der soll sich selber sogar jetzt muss er ausgehen geht doch ich höre von ihm ist laut ich bin jetzt nicht mehr und leise machen es ist kein zu mir gehören die die lebensmüde ich würde gerne mal hier reinkommen ja okay ist ja gut hast du holz hast du holz hast du holz hast du holz ja oder nein ja manchmal mit dem kraften dann kann ich die schweine töten wie gesagt das ist das neue projekt was hoffentlich ganz geil wird das fein hatten sattel wir haben ein schweinefleisch ein aber hier vorne ist eine kuh ich finde es eine kuh und die macht mu ich hab leder klar nein wir können das normal drehen machen ne ich hab mir nur leine geholt leute alles fresh wow achtung creeper ja lauf halt noch näher dran wieso ist das jetzt meine schuld wir müssen sehen wir müssen hier da sind sie ja kommen wir verges verguss kommentverle oliver oliver verguss konmentverle kommentverle wähler reich schlag dich tot ne ich hau einmal zu und du bist tot ich würde mir das überlegen und ich habe das essen nein lass nein ich setze mich drauf nein scheiß was dann hier ich habe einen durch deine schweine aktion lieber lässt sich auch nicht doch jetzt mache oliver los oliver wird mehr ja was ist ja so geschmack ja wieder dran so aber oliver ist meiner nein hier ich bin noch mal weg ne und schlafen das klingt nicht gar nicht falsch ich komme nicht raus nicht lustig ich komme ja schon wieder ich kann was machst du mit dem essen hast du das gegessen du brauchst essen dann wohl jetzt neues essen ich gehe erkunden ich komme wird wieder aber ich gehe erkunden ich bin in der wand gestorben welches pferd wohl ein das pferd hat ein halbes herz weil es in der wand steckte wir reiten davon nein ich bin nicht baby und auch nicht auf fergus und oliver er kam übrigens auf die kommt übrigens auf fergus und oliver also fergus darauf komme ich weil du es kannst ich bin vor ihm ewig weit weg das ab da da auch nur einer drauf kann ich habe auch wo ich hin muss dahin wo ich die lage hauen kann du hast mir essen vorbei braucht ist klar ich habe essen besorgt und du hast alles aufgefuttert ich habe für dich jetzt essen einen Samen toll den kann ich auf jeden fall schon essen hier ist ein Mundschleim kann im sumpfgebiet passieren ich weiß wo ich hin muss soviel dazu soviel dazu okay auf dem pferd sah es besser aus ich weiß dass ich weiß dass das dumm war aber so kann ich mich kurzzeitig brinden weißt du so bin ich kurzzeitig schneller wir müssen ich avec ö Bitte essen. Ist im Ofen. Oder warte, essen wir hier? Dankeschön. Ja, tut das gut. Okay, tschüss. Da ist ein Frogs geschützend. Ich habe Frogs frei gelassen. Nein! Und wieder festgemacht. Danke. Wo ist der Slime? Unter uns, oder? Unter uns ist ja eigentlich alles. Alles. Guck mal. Genau. Schmeiß ich auch wieder. Ja. Ja, gut, ne? Lass Fergus im Ruhr, Alter. Fergus ist mein Pferd. Hol dir einen anderen, Oliver. Baby-Zombie. Lass sie doch nicht hochkommen. Nicht überhaupt. Aber jetzt ist die Tüme. Komm, holen wir. Komm, holen wir ein neues Bild. Komm mit. Das ist die, die gerade unser Leben aufs Spiel gesetzt hat. Nein. Nein. Nein, lala, nein. Warte mal, wie du den Dattel hast. Nein. Doch. Mein Dattel. Lara? Egal. Du bringst mich auch so oft um. Ich versuche zu schwingen. Ich mache es aber nie wirklich. Ja, jetzt ist sie auch noch unföllig. Versuch mich mit dem Tötet nicht mit dem Spät, wenn ich nichts habe. Alles klar. Ich habe die Hand tot geprügelt. Ha. Ähm. Ich stehe in die Hand fest. Tja, dein Problem. Der Sattel ist weg, ne? Nein, ist er nicht. Hap ihn. Jetzt, hau. Hau. Das ist die richtige. Du hast angefangen. Okay, sollen wir aufhören? Ja. Aber du schlägst mich auch andauernd. Da ist ein Cooper. Wo? Im Haus. Schön. Nimm mich nicht wieder ein Schmerzpass. Und Fergus läuft hier frei rum. Ich war es nicht. Ich war es aber wirklich nicht. Ich kann dir eine deiner entschiedenen Leiden geben. Ja. Hab ich. Gesundheit. Toll. Ich wollte nur noch einen Sattel. Ey. Ich reite dich. Ey, Jakob, er ist mein Pferd. Gut. Ich hab den Sattel wieder mitgenommen. Hör auf. Jakob. Okay, ich hör ja schon auf. Alter, musst du um halb zwölf los oder um halb zwölf zu Hause sein? Ich muss gleich los. Das passt auch. Dann würde ich sagen, das war es mit dieser nicht tollen Folge. Bis zum nicht nächsten Mal. Tschüss.